Generalkommandant in Bremen, TSFs Rebellen sind in Berlin eingedrungen. Derzeit befinden sie sich im Kampf mit Bataillon Wehrwolf unter der Leitung von Rosalinde Buch. Habe verstanden, die Piloten, die ich ausgebildet habe, sind wirklich stark. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Geht eurem Weg Denn ihr schreibt euer Leben Mit der Hand schnippt es Der Tod der Sonne Leben heißt stark Mit der Geburt Kommt der Tod Sterben heißt Leben Denn die Zeit ist begrenzt Und das Einzige Was am Ende zählt Ist das ihr Leben 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020